Musik 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 Ich fand das wunderbar, endlich mal so ein Science Slam mit diesem Aha-Effekt. So ein Science Slam, auch jetzt hier in der Werkbank, ist cool, also hat mir echt Spaß gemacht. Abflexungsreich, innovativ und nachhaltig. Spontan, reibungslos, Familie. Sehr schön, gut organisiert, lustig und wissenschaftlich. Ich würde sehr gerne nochmal eine Veranstaltung besuchen. Auf jeden Fall, war sehr schön. Ja, ich würde selbstverständlich gerne bei einem Science Slam nochmal mitmachen. Vielen Dank. Applaus